Wenn du einen Film schauen möchtest, was machst du? Zuerst ein Ticket für einen Film im Kino suchen, hinfahren und dann dort noch Snacks kaufen. Oder du schmeißt dich auf deine Couch, schaltest den Fernseher an und gehst auf Netflix. Was solltest du machen? Ich habe mich gefragt, sterben Kinos durch Streaming-Dienste aus? Darum geht's jetzt. Doch wie hat das alles angefangen? Mit Anfang der 2000er kam dann die Entwicklung der Streaming-Technik. Zum Todesstoß für den DVD-Markt entwickelten sich dann die Abonnement-Dienste. 1997 wurde Netflix gegründet. Und zwar als Online-Alternative zu lokalen Videotheken, die dem Anwender ausgeliehene DVDs per Post zuschickten. Für knapp 6 Dollar konnten Nutzer nicht mehr nur DVDs ausleihen, sondern pro Monat 6 Stunden Content streamen. Im 18-Dollar-Plan waren hingegen 18 Stunden inklusive. Ein weiterer entscheidender Schritt in der Vereinfachung der Nutzung von Streaming-Angeboten war dann die Gründung YouTubes 2005. Max Dome wurde dann ein Jahr später gegründet. Ursprünglich für die Übertragung von Sportereignissen konzipiert, wurde es dann auch zum Video-On-Demand-Portal. Schauen wir mal auf die Zahlen. Wenn wir die Umsätze von Netflix und deutschen Kinos vergleichen, ist glaube ich eins ganz klar erkennbar. Netflix hat eindeutig um einiges mehr Geld gemacht als die Kinobranche. Und das war erst vor der Corona-Pandemie. Dann ging es so richtig los. Die Zahlen schossen bei Netflix wirklich in die Höhe. Während viele Firmen stark unter der Corona-Krise leiderten, profitierte Netflix davon, dass viele Menschen wegen des Virus kaum noch ausgehen. Und auch im Internet kursierte diese Frage. Sterben Kinos bald aus? Auf gute Fragen gibt es da schon eine Umfrage eines Users. 50% hoffen nicht, dass Kinos sterben. Jedoch sind sich auch nur 15% ganz sicher, dass Kinos aussterben werden. Auf Reddit argumentiert ein User damit, dass Kinos eine gemeinschaftliche Erfahrung bieten, die man zu Hause kaum bis gar nicht nachmachen kann. Andere hoffen es, dass sie Kinos hin oder her super finden. Die Filmerfahrung sei eine ganz andere. Tatsache ist, es wird nicht mehr so wie früher. Lange Schlangen vor den Kinos. Und die Mitarbeiter wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld, da die Kasse schon voll ist. So ein Szenario ist heute kaum noch irgendwo gesehen. Viele junge Menschen greifen lieber zu Netflix oder Amazon Prime. Und die 15-25-Jährigen waren einmal das wichtigste Zielpublikum für Kinobetreiber deutschlandweit. Doch wollen wir es uns zuerst rein geldtechnisch anschauen. Und dafür bin ich ins Hollywood-Megaplex gefahren. Zuerst das Kino. Ich komme rein und kaufe erstmals natürlich ein Ticket. Dafür muss man seinen Sitzplatz auswählen. Und da haben wir dann einen Preis von rund 11 Euro. Wobei hier gilt, das ist von Kino zu Kino unterschiedlich. Danach dürfen natürlich keine Snacks fehlen. Und das ist laut einer Umfrage meistens süßes Popcorn. Durchschnittlich sind das dann ungefähr 4 Euro. Dazu dann noch etwas zu trinken. Zum Beispiel Apfelsaft. Da geben wir auch nochmal 3 Euro drauf. Und dann sind wir bei einem Preis für Essen und Trinken von rund 7 Euro. Da gibt es auch einige Menüs dafür. Und dadurch enden wir jetzt circa bei rund 19 Euro. Schauen wir noch zu den gängigen Streamingdiensten, wie viel es da kostet. Bei Netflix sind wir bei einem Standard-Abo für 13 Euro. Bei Disney Plus sind es nur 11 Euro. Und zu den Snacks, Popcorn und Getränke gibt es zu Hause natürlich günstiger. Also ist hier ganz klar zu sehen, Streamingdienste sind günstiger als das Kino. Und zu diesem ganzen Thema mit Kinos und Streamingdiensten wollte sich auch das Hollywood Megaplex äußern. In ihrer Mail betonen sie unter anderem, dass Kinos durch Corona einen massiven Zuspruch erhalten haben. Was ich auch irgendwie verstehen kann nach dieser ganzen langen Zeit, wo du alleine zu Hause sein musstest. Natürlich ist auch die Kinotechnik hier viel, viel besser. Es gibt ja zum Beispiel einen 4DX-Server, was schon hier in Österreich einzigartig ist. Ein richtig krasses Kinoerlebnis für alle Sinne. Weiter schreiben sie, dass ein Kinobesuch so in einer gewissen Art und Weise ein Event ist. Und dass sehr, sehr viele Streamingdienste den Markt übersättigen. Natürlich gelangt zu einem Film auch einiges an Publicity durch das Kino. Klar ist, die Kinobranche ist anpassungsfähig. Das hat sich besonders in den letzten paar Jahren gezeigt. Es braucht einfach Kapital und Investitionen. Da ein Sparkurs in der Kinobranche nicht zu halten sei. Umso weniger, je mehr die Besucher ohnehin schon schwinden. Kinos müssen eben lernen, sich damit zu arrangieren, dass es beides gibt. Und an sich kann das möglich sein mit Netflix, Disney+, Apple und Co. Vor der Pandemie waren Filme noch bis zu einem Jahr exklusiv vorab in den Kinos zu sehen. Bis sie die Streamingportale erreichten. Jetzt kämpfen Kinos schon darum, dass es wenigstens 60 Tage sind. In den Tiefen des Internets habe ich aber dann das hier gefunden. Studie beweist, Netflix verdrängt keine Kinos. Es zeigt sich, dass Streaming und Kinos einander ergänzen und sich keinesfalls gegenseitig behindern. Es wurden 2500 Teilnehmer befragt, von denen 80% im vergangenen Jahr mindestens einen Film im Kino angeschaut hatten. Das Ergebnis? Diejenigen, die in den letzten 12 Monaten neunmal oder häufiger ins Kino gegangen sind, nutzten auch häufiger Streamingdienste als Personen, die nur ein- oder zweimal ins Kino gegangen sind. Im Durchschnitt streamten Kinogänger, die neun oder mehr Filme im Jahr sehen, 11 Stunden pro Woche. Dagegen nutzen Menschen, die selten ins Kino gehen, Streamingdienste nur etwa 7 Stunden pro Woche. Fast die Hälfte der Menschen, die angaben, in den letzten 12 Monaten kein Kinobesuch zu haben, streamten auch keine Online-Inhalte. Nur 18% derjenigen, die die Kinos mieden, streamten Online-Inhalte für 8 oder mehr Stunden pro Woche. Auch das Argument, Teenager würden nur noch Online-Filme schauen, können die Forscher entkräftigen. Die befragten Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren sahen durchschnittlich 7,3 Filme im Kino, verbrachten allerdings mit 9,2 Stunden pro Woche auch die meisten mit Streaming-Angeboten als alle anderen Altersgruppen. Die Botschaft ist, dass es keinen Krieg zwischen Streaming-Angeboten und Kino gibt, erklärte Phil Contrino, Direktor für Medien und Forschung der National Association of Theater Owners. Die Menschen, die Beweginhalte lieben, schauen plattformübergreifend, wobei jede Plattform für sich ihren Platz in den Köpfen der Verbraucher hat. Laut Branchenkenner sind die Filmstudios wegen der hohen Kosten bei Produktion und Marketing nach wie vor massiv von den Ticketsverkäufen an der Kinokasse abhängig. Auch Branchenriesen wie Amazon und Apple erkennen das mittlerweile an und wollen ihre großen Produktionen künftig nicht mehr nur online vermarkten. Was können wir also sagen? Ja, es mag sein, dass immer weniger Leute ins Kino kommen. Jedoch ist dieser Prozess sehr langsam und auch Studien zeigen, die meisten konsumieren sowohl Streaming-Dienste als auch das lokale Kino-Angebot vor Ort. Für die meisten haben Kinos halt einfach diese Nostalgie von früher. Das war's von mir, lass gerne ein Abo da, hier geht's zu einem weiteren Video und ich bin damit raus.